Heute stehen wir zusammen, heute stehen wir als eine große Gruppe Menschen hier und setzen ein Zeichen gegen diesen schrecklichen Krieg in Europa. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt davon, wie viele Menschen hier da sind und die Solidarität bekunden. Es kommt auch auf uns, es kommt auf jeden von uns an. Bilder machen Politik. Diese und andere Freiheiten, die Ausdruck der Demokratie und Solidarität sind, gilt es mit Leben zu erfüllen, damit sie weitergetragen werden. Ein Krieg schafft nur Leid und Not. Dann gibt es am Freitag, den 4.03. um 19 Uhr ein ökumenisches Friedensgebet. Am Samstag, den 5.03. ab 11 Uhr geht es weiter mit einer Mahnwache für den Frieden. Vielen Dank.